Gibt's auch Skyrim Bean? Hm? Was kennzeichnet das? Hm. Ich will noch mehr von da haben. Hier, komm mal hier. Ruddelt mal durch. Kannst du ein großes Loch machen, oder? Ja. Nice. Warte, hier unten war noch eins. Wenn das hier umfunktioniert, ist die Frage. Ist da hinten nochmal Ohr? Da war noch was. Hier unten ist noch eins. Wollte ihn mal frei, ne? Ein Inventar zugemeldet ist schon wieder. Oh, hier, guck mal, links im DSO. Da, dein, was du brauchst. Wollte nur, dass eigentlich schon mal frei waren. Ähm. Warte, ich muss das mal E-Mensum-E tun, damit das nicht... Hier unten sind richtig viele. Na ja, ich glaub, die sind alle unten nur. Ähm. Da waren die Pisanzen. Sonst warst du irgendwann nicht mehr... Wegen fliegen, ne? Danke. Ja, ist egal. Reicht ja. Wo hab ich die denn jetzt? Ich hab da drunter wieder was gebaut. Ja. Ja, so viele brauche ich nicht. Ja, nur noch... Was ist da, guck mal hier... Na ja, was ist das denn für... Ist das ein Lavasee? Oder ein See da drunter? Guck mal, boah, hier ist noch mal Erz für dich. Nice. Guck mal, siehst du das da Fakati hier, wo wir drunter sind? Wie? Wo siehst du denn See? Guck mal, unten. Guck mal hier, das ist so eine Art Flüssigkeit oder so. Lass uns die denn darstellen. Fakate. Ich glaub, was ist das hier? Boah, die dann von diesen Dingern eigentlich. Ähm. Hier ist noch was, Black. Hier bei mir. Hier sind zwei... Boah, da drüber ist noch mal was. Ja, hab ich gerade gesehen. Ja. Warte mal, das war irgendwo hier in der Mitte. Mana Pylons. Um... Lass mich das... Weißt du, warum? Wann geht das schneller? Ja, die Mana Pylons noch mal. Ich mach doch 3x3. Ja. Ich mach auch 3x3. Ein biegen brauchst du? Ja, ein biegen. Irgendwo in der Mitte, sagst du? Ja. Mach einfach mal am Portal, okay? Mh. Mh. War ich hier irgendeinen Plan, ob die grünen Herzen irgendwann mal implementiert werden? Na, na, na. Ey, die kannst du auch benutzen, ne? Gelb, grün und rot kannst du haben. Ja, aber das Rezept für die grünen gehen nicht. Ach so, du... Hä, wieso nicht? Ich glaub, das Rezept ist ausgemacht worden. Ach so. In dem Mudpack. Ach so, bis jetzt hier ist hier noch nichts Flash. 100 Cent. Ja, unten wo ich geguckt, da war das total lila. Ich bin grad oben. Ach drüben auf der anderen Seite. Hallo. Na, was herstehen muss. So, wir gehen. Okay. Mach mich mal ein bisschen in deine Richtung, vielleicht. So. Okay, jetzt fass es 1,5 Stacks von diesem Zeug. Gibt's nen Wet Videopreis Livestream? Ja, ich glaub schon. Ja, pass auf das kein Echo kommt, ne? Ja, pass auf das kein Echo kommt, ne? Ja, pass auf das ist schon mittendrin, weißt du. Fuchsenmose. Guck mal, der antwortet. Der ist auch. Der ist auch interessant. Der ist auch interessant. Ich will ja gar nicht das Düsseldorf irgendwie da, was man machen soll. Oh, ne Freundin von mir ist da. Ja, wirst du auch mal. Wie nett. Das Video muss mir der schicken. Livestream? Nein. Ein Zirn. Naja, egal, ist egal. Keine Ahnung, ich glaub hier ist irgendwie nichts. Oh, Tube Clash. Da freut sie sich bestimmt. Ich will diesen Hut haben. Geil. Hey, da ist was. Ich will diesen Hut haben, unbedingt. Oh, diesen Hut könnte ich auch haben. Wer hat Anti-Held komponiert? Oder Hitler. Was? Oder Hitler. Oder Hitler. Behindert Flash. Hey, was denn? Da hat ein Longboat über das Bild geflogen. Ja, schon wieder. Hey, hör doch mal auf. Komisch. Ich lösch das jetzt. Da ist so Quelltex raus. Komisch, komisch, komisch. Äh, ist das hier irgendwo ein bisschen weiter wegfliegen kann? Und wieder? Was ist das denn? Was ist das denn? Ich such das jetzt und lösch das. Ach, weißt du was das war? Das war das End- das war das Endportal. Wo ist das Longboat? Ja. Ja. Was ist das denn für Scheiß? Geh weg Enderman. So guter Nance, danke der Community. Konnichiwa. Warum läuft hier ein Skelett rum? Ich hab' noch was gelöscht. Das Longboat. Sekunde. Geil. Ich hab' einen Nerv vom Portal. Geil. Ah. Ich krieg halt irgendwie ein paar raus, weißt du was? Am Anfang. Ich dachte, hier ist nicht so viel. Ne. So, Inspekt Element. Fickt euch alle, haben wir was gefunden. Wie heißt das? Longboat? Du machst noch mehr Krach. Ich. So, Mana-Fälle wollen auch. Hast du das andere gefunden, wo ich die im Quackeln drum gemacht hab? Ja, das schon. Okay. Ich muss Geld machen. Ich hab' jetzt noch 69% vom Chat-Pack. Da ist es, Alter. Cut. Mach' noch mal was. Oh! Ja, hinten ist das Doppelte. Ich guck' mal, ob ich da frei buddeln kann. Guck mal, ich hab' die erste in der Fresse. Wie wieder guckt, Alter. Es ist ich. Hier sind nur zwei. Einfach abbauen. Du hast doch vorher nicht verdient. Ey, du kannst auch mal abbauen. Hallo, der hat das verdient. Ja, wo bist du denn? Genau wie die beiden das verdient haben. Und drunter. Ich buddle mich jetzt einfach mal hier durch. So, du Longboat. Komm' her, Alter. Komm' her, Longboat. Kommt einfach nicht mehr wenn man es braucht Wolle wie gut das ist, Dede ist hier mittendrin und aber nicht im Spiel Rekt-Element Das ist Dede Äh Verpeilt wie André Jede Oh noch mehr! So Wie viel brauchen wir noch um besiegbare Rüstung machen? Eigentlich brauchen wir also Wenn das wirklich nicht... Wie die da stehen, Alter Okay Aber ist das die normale Rüstung oder musst du das irgendwie verzaubern? Einfach eine normale Rüstung Okay, aber die hat eine Debility aber von 600, ne? Ja, aber warte mal, ist uns sterblich auch nicht vermisst Äh, Centus, machst du den Gaia gleich, oder? Ja, ja Okay Ich muss gerade noch einen Mann aus der Engel machen Okay Oh, der Gaia ist was für Black Nein, ist er nicht Wann ist der Christe getötet, Centus? Ich hab doch WDF dabei Musst du, glaub ich, musst du eh mehrmals töten, ne? Ich glaub ich brauch mir nicht so... Ich krieg von denen diese Gaia Spirits erst Ja, und die Gottes-Item Dass ich unbedingt... ich will das Teleport a... das Teleport halt unbedingt haben Ist gar nix Gibt es eine Stelle, wo der Gaia stillsteht? Nein Der ist auch unsichtbar zwischendurch Wecker Da muss ich ja mein Schwert benutzen Nenn mir doch nicht den Weg Ne, nimm doch einfach dein Gesicht Ähm... Ich hab doch letztens zu dir gesagt, dass ich das in der Aufnahme mach Du bist trotzdem voll dir, ne? Mhm Vielleicht bist du gerade irgendwo hier Ich buddel mich hier unten ein bisschen rum Wollen wir den hier machen? Warum? Das ist das Portal... und das ist das Teil dafür Ja, weiß ich Boah, eigentlich Mana dafür, um den zu rufen Ich wollt doch noch den Gesprächsleiter geben Ich wollt hier ein bisschen Centursleiter Was ist mit Lugwana oder wat? Bist du hier unten alles der Teil? Komm mal zu dir gleich Ja Ab wen wieder Adoption? Woll ich auch kommen? Äh, wo bist du? Ganz unten Warte, ich komm zu dir Ne, ich mach die Pinsche bei dir Bist du ein Idiot immer, ne? Bist du ein Idiot immer, ne? Bist du ein Pferd, bitte? Bist du ein Idiot immer, ne? Einfach weiter draufschlagen Wolltest du nicht, ob das wirklich funktioniert mit den Lacken werden? Ja, das ist der Bisschen Hier Noch nicht alle ist Ja, die verlieren aber doch, äh, Haltbarkeit Ja, uns, aber wir sind sterblich in dieser Zeit Loll Dankeschön Dankeschön Guck mal im ganz kurzen Video dazu Willst du die nicht haben? Machen wir noch eine Ja, ich hab ein paar Dingern ins ME geworfen, ne? Ne, hab ich mir rausgeholt Wie hast du das denn gemacht? Ich war gerade im ME-Stim So Ich hab nicht überlegt, dass man noch andere Crafting-Möglichkeiten hat Aber wie kommen die Skelette hin? Das war eigentlich Vielleicht zieh mal die Chestplate aus und dann... erst mal die Bisschen ich habe es ihnen wie sie die